Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto Shibuya Ultimate Ninja Storm 4 Wieder mal anders aufgenommen als wir es kennen Eben von meinem Kollegen mal Und deswegen würde ich mal sagen, starten wir hier das Video Und viel Spaß dabei bei den, ja, schreibgeschützten Sequenzen Und dann, ja, schreib, 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 schreib. ... Das ist die Mutter von Rikudon. Die beiden... Havuromo und Hamura. Nein... Indra und Asura. Nein, Frau. Die beiden sind Naruto und Sasuke. Die beiden sind die Erste. Das ist die Worte. Das ist ein Kind. dass die Mutterin zurückkehren und das Recht hat. Warum was O.G. so gesagt? Sie sind auf die Befeuwen. Du wirst mir das Befeuwen. Du hast dir eine Sache von Sinna. Du hast sie auch von Ihnen. Was? Das ist auf der志を wissen nicht wahr. Und ich habe meine Mutter für mich verletzten, um mich zu erinnern. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe meine Mutter für mich zu erinnern. Du hast mich zu erinnern. Das ist das. Das ist die Wahrheit. 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 Kakashi, Sakura. Und damit... Und damit... Das ist die Wahrheit. 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 Schau, Sonne! Ich bin kein Problem! Zwei! Was, was... Ich bin keine Ahnung. Werdet, was ich das? Werdet, was ich so... ...?! Werdet, was ich... ...? Das Schreie... ... Hör, was ich... Ich bin nicht so groß, aber ich bin glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich. Ich bin glücklich. Ich habe mich nicht geholfen, Herr Kachin. Wenn du mir geholfen hast, dann... Ich danke dir, Herr Kachin. Wie geht es? Hahahaha 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 Obito hat ihm beide Scharling an Augen vermacht, Leute. Welch eine geile Sache. Hora Obito hat ihm beide Sharingan Augen vermacht, Leute. Welch eine geile Sache. Hm. Das Spiel ist... ... der Wiener coloc. Das Spiel... Und das wird das nächste sein, vom nächsten Kapetten. Und damit ein herzliches Willkommen zurück, ich schneide die letzte Szene Kaguya Göttin, also die Brachiale Göttin 2 auch noch mit rein, damit ihr alles hintereinander sehen könnt, da ja, sonst würde es wahrscheinlich scheiße sein, zwei Folgen nochmal, also eine zweite Folge mit solcher schlechter Quali. In diesem Sinne, deswegen mache ich gleich alles hintereinander, viel Spaß Leute, ich hoffe, also ich nehme alles hintereinander so auf auf meinem Lappi, also viel Spaß Leute. Beim letzten Kapitel von Kaguya und ich werde alles hintereinander bringen, also nicht nur die letzten Story Elemente, die ich noch aufgenommen habe auf der PS4, sondern auch diese. Also verwundert euch nicht, wenn heute am 10.02. alles auf einmal kommt. Also, let's go! So, das war ein epischer Kampf, muss ich schon sagen, also ihr seht das Vieh, gegen das musste man antreten. Ähm, die neun geschwänzten Tiere sind auch abgebildet, ähm, und zwar jeder einzelne musste man abschießen als Bonus-Sequenz, nur so, damit ihr es auch noch ein bisschen wisst. Und, yo, hauen wir jetzt mal weiter. Mit der Story. Das war's für mich. Das ist doch ein bisschen anders! Das ist das ... 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 Ich bin sicher, dass ich diese Frau gesehen habe. Ich bin der Chakra. Ich bin der Chakra. Ich bin der Chakra. Was? Das ist das. Ich bin der Chakra. Ich bin der Fall. Das ist die Geschichte! Ähm, tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. Ich spüre es halt zurück. Und damit ein herzliches Willkommen zurück, äh, beim letzten Abschnitt von Kaguya, ähm, jetzt kommt nur noch das Ende dran, ähm, ich konnte leider eine Endsequenz nicht mehr einfügen, da er dort gequatscht hat und ich will wirklich nur von mir Sachen drauf haben, sonst gibt es vielleicht ein Problem mit der GEMA oder so. Also, dort möchte ich nichts drauf ankommen lassen, deswegen lasse ich einfach hier den Pfad weiterlaufen. Viel Spaß! Schuss! Roar! Aaaaah! Ja, Kraman. Ja, Kraman. Ja, Kraman. Ja. Ja, Kraman. Ja. 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 Aber auf jeden Fall, Kaguya ist ein ziemlich OP-Ding. Nur mit ihr umgehen kann ich nicht, kann ich euch jetzt schon sagen. Ich weiß nicht, was sie mit ihrer Erwachenform erreichen kann, ob sie das auch kann. Ich hoffe es zumindest, würde gerne mal mit ihrem Zehnschwänzigen rumlaufen. Auf jeden Fall werden wir bald noch den Abenteuer-Modus angehen. Vielleicht kommt der Abenteuer-Modus, bevor ihr die letzten drei Sequenzen seht. Also nicht überrascht sein. Also seid auf jeden Fall dabei, wenn es denn wieder heißt, Naruto, Shibu, Ultimate Ninja Storm 4. Oh man, ich werde es vermissen, das zu sagen, aber hey, töddlele.